es wird nicht Rasa Tassad vernichtet ist aber nicht wenn du watt bist ja wenn du watt bist du weißt ich bin wärt du bist watt Frau oder Mann also Frauen sind watt Männer also beziehungsweise du bist irgendwas äh beziehungsweise was ist das also Rasa ich muss wieder einfach ein Video machen davon ein Söhnlein Brillant war so ein schönes Teil ja ich trinke nicht jeden Tag ich bin was bessere Kultur ich bin was besseres was besser gleichzeitig richtig gleichzeitig ich bin immer gleichzeitig die hin und her sind die Gegenteile dann sehen sie ich bin wert wie gesagt ich mache so Videos besser als der Kells Rap 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 Style Stayer Stanger Star Outdoor Stairs Streets Playground und During my whole childhood Razer Wearing Hood Razer Robin Hood Warship and that man at the same time this time we do to shoot the Bismarck down under yeah and the Robin Hood is living and stay so all the world have got that the Robin Hood is on the ocean staying what the verse is the Bismarck is going down one shot yeah and it's rap star you've got only one shot and that it's your life my life is one shot and that it's going on that life thousands of years me's living that it's Robin Hood in the woods yeah in the forest and everywhere in the urban jungle in the urban jungle from his city and everything the whole world and on the ocean the warship Robin Hood yeah check it Robin Hood is not in two pieces that is one yeah wearing hood yeah who's who rap star hey razor the tazard yes the white tiger correspondent on lab yes yeah stick complete style razor the king tazard white eagle higher yes razor tazard yes zelebriert was besseres kultur I am brilliant you understand that but I am man stick complete stand yes razor tazard verstand verstehst du das habe ich bin graffiti sprat nehme frauen ran stay in the start rap rap star bin ich er zu er razor the tazard stager stadium in filler razor the tazard mein pom ist ein Füller gefüllt mit sahne verstehst du das habe ich schreibegeschichte ich brauche ich brauche ich brauche Söhne denn ich bin Söhnelein brillant commercial ist das auch Söhnelein brillant hat dafür mit ich bin ja der höchste mensch des universums ich mache auch die ganze Zeit Werbung für tausend Sachen verstehst du auch für Kelch schreibe 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 ich habe to know that me is martial break star martial law population star ich bin label richtig jod richtig jod ich bin der höher kappenika ist ich bin robin hood ich bin seit 3000 jahren hier im wald und so unterwegs die ganze zeit ich bin flo so ist unter ich bin richtig ich bin habern mein style ist bunter du bist hündin für mich Frau richtig complete oder ich habe eine Frage gestylt es ist nur ein spiel ich erlaube Liebe du hast Herz bist du eher Katze verstehst du du hast Tatzen ich bin richtig ich bin am pratzen protz bin ich pratz am protzen auch richtig auf untere kommenter wie Meso am rotzen Razer Tazad ist richtiger Styler R-A-A-Zer R-R-R was besseres Rap Deutschland der Rapstar hoch ich bin in allen Schlössern verstehst du wie das aber ist ja mein Style ist Rap jetzt muss ich endlich mal öffnen jetzt muss ich den endlich mal öffnen den Tisch freimachen denn das ist ja auf dem Tisch das ist ja Tischlamm für den Tisch so so insgesamt er ist ja selber gebaut mein Vater hat das gebaut das ist ja Handwerks begabt Juhu Juhu wenn ich trotzdem noch nie Geld gehabt auch wenn ich beschlossen bin ich hatte trotzdem noch nie Geld verstehst du deswegen bin ich ja der ALLELEVEL und deswegen bin ich ja der Rapstar ich bin der Ball hochhalten und flachhalten Basketball, Fieldball, ALLEVEL In Diebrichstig und der Höchste hoch alle Detailschools in ALLELEVEL ich bin der FETTESTTE Rapstar des Landesdeutsers deutschland immer noch bevor ich geld habe brust auf razor the tazard der hohe könig wandern rapstar für tv und zeitung und kino unabdehnbar und petty wieder durch ein entertainment wert rapstar razor the tazard ihr frauen dürft blasen innen und auf dem rasen razor the tazard ich habe mein riesen schloss verdient gestüt riesengelände frau gib dir müh du darfst vielleicht mit rein ich sage höh du bist meine stute und meine kuh verdienten fickest du in den ars razor the tazard ist der höhere wert ich bin youtube king und darf alles sagen was ich will denn ich bin robin hood in echt yes yo planet luxury ist mein zuhause ich werde in 800 jahren dort sein ungefähr vielleicht ein bisschen später vielleicht in tausend jahren aber ich bin erstmal ein rapstar für diese welt entertainment robin hood der king star heisst tazard rules details hat keiner mehr als ich ich muss keinen einsehen razor tazard ist der fast bessere rapstar lifestyle king size die krone der könig loxley ist erhabern erhoben hat er sich bereits wird er sein gekrönt auch schon und so das ist das erheben das könig wandern ja ich weiß bereits ich bin könig der prinz wandern erkennt dass er ein könig ist bereits während des wanderns erkenne ich habe schon erkannt dass ich ein könig bin und mein könig kreis ist das universum ich bin der höchste mensch des universums habe ich als status wahr ist dass ich könig rissach bin razor tazard loxley robin hoods das ist alles wahr ich sage ja und ich habe definitiv ein riesengroßes königreis verdient korrespondent und lab ist schon Jahre logisch natürlich entertainment für alle level zu sein bin ich ja wait at it halt ja zu denne put ja sagt was siehst du robin hood liebt sand ja robin hood liebt den wald ja auch die burg liebt er auch und stad und alles sie verstehen das bitte ich bin ja nicht nur der robin hood von vor 800 Jahren und wer der genau ist weiß ich ja besser als sie auch verstehen sie und seitdem habe ich so vieles erlebt und ich habe meine ganze erde wert verstehen sie ja robin hood als rapstar für den planeten er die letter style wahr oh ich bin robin hood das schiff und schwimme durch alle meere und auch durch alle flüsse also auch durch die saar ja verstehst du razor tazern red bone reb bone street ball king size the basketball tazer the king size caesar on rap star write copies yeah that is so much was besser was besseres ist die sierrasse da dort adem demarkiise alle level wenn ich der könig bin der hohe boss caesar adal könig wandern ich habe erkannt ich bin ein könig schon bereits ja und erst dann du kehrst ins schloss zurück weil nur dann du kannst ja allen sagen ich bin der könig du musst kontrollen manche verstehen das nicht verstehste du musst allen erklären dass du der boss bist das geht ja nur wenn du schon von vornherein weißt dass du der könig bist du kriegst das nicht geschenkt dass er der könig bist ist der erhabene könig wandern verstehen sie ja das heißt ich bin der könig das heißt ich bin der boss das heißt ich sehe was anderes nicht ein verstehen sie ich erkläre ihnen allen ich bin ihr anführer ich bin ihr boss ja und das geht nur wenn ich weiß ich bin der könig bevor ich ins schloss zurückkehre und sage ich bin der könig ist ja klar weil ich muss ja konzept haben für wie ich das alles habe dass ich allen erkläre ich bin der könig ich muss die ganzen rules dafür haben control bleiben konstant bleiben ich bin könig geht natürlich nur bevor ich ins schloss zurückkehre und sage ich bin der könig ich habe erkannt dass ich der könig bin ist ja los das heißt prinz wandern erkennt er ist der könig wandern das ist ich baue das die ganze zeit mit doppel A das ist wandern richtig Gia ist wandern richtiger drin ist doppel A wandern ein wandern richtiger ist ein doppel A wandern ein wandern richtiger ist ein doppel A wandern wenn wir alles gleichzeitig schafft und der prinz wandern ist immer noch nicht König hat der selber wenn der selber denkt der ist ein prinz wandern ja verstehen sie dann ist er ja nicht ein König wandern der prinz wandern hat dass er irgendwann der König sein wird ja das stimmt ja auch der prinz wandern darf das ja auch haben das darf der prinz wandern darf das haben dass der irgendwann der König wandern ist und dass der König ist irgendwann etc also der muss das erkennen du musst verstehen wenn der prinz wandern erkennt weil der prinz wandern hat der ist irgendwann König das ist ein langes wandern das ist ein langes wandern verstehen sie du erkennst das indem du noch mehr weißt je mehr du weißt desto mehr wird dir klar zum Beispiel er ist nur ein Prinz wandern was der Wert hat ist dass der der Königssohn ist und der wird irgendwann König sein der ist Prinz wandern das ist sein Wert der ist Prinz ja der kann nicht sein Leben lang Prinz sein der muss irgendwann König sein was soll der denn sonst werden der ist irgendwann nicht mehr Prinz ja der prinz wandern ist ein Prinz wandern und hat ganz viel Wert er hat sein Leben ja das heißt dass der Prinz wandern mindestens ein Prinz ist wenn er sein Leben hat aber der Prinz wandern ja wird irgendwann König das muss der aber auch haben zu tausend Promils und hundert Prozent ich muss ganz viele Mules haben ich bin Erhaber König Wander King Walking sage ich ja ich bin ein Wunder ja aber nur für Issa Po die die das haben das Shura die nicht so viele Wules haben dass die höhere Artikulation benutzen als dass ich ein Wunder bin es ist ein Wunder die verstehen das nicht wieso bin ich ein großer Boss das verstehen die nicht bin ich ein Phänomenon oder ein Wunder weil daher kommt das verstehen Sie The King Wondering You Wander aber dann you es nicht so viele Rul so viele Rul so viele Rul that mire Richard Hathgad Reinsald ist das you is part of the whole thing the method the word vom Gott Offen you is not wundering about anything you is part and das ist nicht you Wunder today we have already so much rules of words that a human being do not wonder what you do not understand you cannot have high is what me have got wonder is me it's high for you, you do not understand because of what means high but means high that means wonder newer is phenomenon but it's about the same and you have to know that newer than that is you have to understand because of what means high for you and then means not for you a wonder or a phenomenon what means a phenomenon having because it is not done that everybody has that everything we have that thing that some people are not that much rules knowing and for them is a phenomenon that is newer to say yeah, Reza Tazat is phenomenon we have everything we also keep me is a wanderer that is not my high, that me is a wanderer you cannot be high for a wanderer you cannot be high for a phenomenon that is rules yeah you have a little bit more rules, no things then you call not me is a wanderer because because you understand because of what me is so much that what me is everything and then that is not a wanderer what is a wanderer the truth rules for a man who is high what the word wanderer and what that is know what that is use that for people who have not taken my truth know that yeah a wanderer is high for you and you do not understand everything what that wanderer is you just accept yeah people just accept that the wanderer is high you do not have to understand because of what the wanderer is high you do not have to understand everything what the wanderer do and everything you start living and the wanderer is to decision everything that is a wander there is rules for a wanderer a wanderer is high for you and you do not understand that but you accept that the wanderer is high that is a wanderer and the king wandering yeah after you have control yeah the king is higher than you all the king wandering is higher than you the king wandering is higher than you yeah 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 he's a wanderer yeah then you is not having that much rules that you understand because of what means high but is it possible over today you do not understand because of what means high for you but you agree that is not today you can't have that we have some people who are not that much we are building everything Reza Tazad is so much important on youtube to build things Reza Tazad is angel, high styles is styler and have wings Reza Tazad play best a guitar with strings and Reza Tazad and Reza Tazad they can put the bus of strings yeah Reza Tazad king walking that is me me is phenomenon for you all that is higher me is the wonder yeah for some who have said high means that higher means phenomenon higher means king walking that is the king and he has solved the problem that means the king the highest human in the universe you